13.000 Menschen sind laut Polizei gekommen, zum sogenannten Aufstand für den Frieden. Extremrechte, AfD-Funktionäre, NATO-Gegner, Russland-Freunde, sogenannte Querdenker. Mehrheitlich aber ein friedensbewegtes, eher bürgerliches Milieu. Für Verhandlungen gegen weitere Waffenlieferungen. Der Vizekanzler verurteilt die Kundgebung noch bevor sie stattgefunden hat. Das ist kein Frieden, das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird. Das ist eine politische Irreführung der Bevölkerung. Dass es keinen Weg für Verhandlungen gibt, wollen die meisten Menschen hier nicht glauben. Viele fühlen sich diffamiert, ihnen fehlt in der Friedensfrage heute die politische Repräsentation. Richtig vertreten fühle ich mich da nicht im Moment. Ich fühle mich irgendwie resegniert. Das ist eigentlich das Beschämen an der ganzen Sache, dass man sich für Frieden rechtfertigen muss. Es ist dieses Gefühl in einem verengten Diskurs nicht mehr vorzukommen, dass sich Sarah Wagenknecht politisch zunutze macht. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts? Und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links? Einige haben hier offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Unter den 69 Erstunterzeichnern des Friedensaufrufs ein breites Spektrum. Von Historikern wie Peter Brandt über Politiker wie Peter Gauweiler bis zu Schauspielern wie Katharina Thalbach. Es ist aber vor allem Wagenknecht, die polarisiert. Die linke Parteispitze hatte sich im Vorfeld von der Demo distanziert, die Flanke nach rechts sei nicht geschlossen. Schadet Wagenknecht als umstrittene Figur nicht auch der Friedensbewegung? Zunächst mal glaube ich nicht, dass die Friedensbewegung Schaden nimmt, wenn es endlich mal eine richtig große Friedensdemonstration gibt. Und die Debatte, die teilweise von der linke Führung hier angestoßen wurde, also ich muss sagen, ich fand das einfach nur blamabel. Also man hat im Grunde die Einschüchterung, die es dort gab gegenüber den Menschen, mitgemacht. Jenseits von Parteipolitik aber geht der Riss in der Friedensfrage längst auch durch die gesellschaftliche Linke. Bernd Stegemann war mal ein Weggefährte von Wagenknecht. In der Frage Krieg und Frieden hat er sich abgewendet von ihr. Frieden heißt ja dann nur, dass die militärischen Waffen schweigen. Aber wie wir an Butscher und all den anderen Kriegsverbrechen gesehen haben, geht die Gewalt auf einer anderen Ebene ja dann weiter. Das ist quasi der große blinde Fleck, um nicht zu sagen die große Lüge in diesen Friedensaufrufen, die einfach behaupten, wenn die großen Waffen schweigen, dann sei auch Frieden für die Bevölkerung. Das ist es ja dann gerade nicht. Solidarität mit der Ukraine, so sieht die andere große Friedensdemo in Berlin am Freitag aus. Knapp 10.000 Menschen, viele Regierungsvertreter. Auch ein Gegenaufruf zu Wagenknecht ist längst verfasst. Der CDU-Abgeordnete Kiesewetter hat ihn auf den Weg gebracht. Darin ist fast verächtlich von Friedenskünstlern um Wagenknecht und Schwarzer die Rede. Es sei erschreckend, aus der Mitte unserer Gesellschaft zuzusehen, wie die rechts- und linkspopulistischen Pole den Kreis schließen. So einfach aber ist es nicht. Auch die Mitte der Gesellschaft ist ja bei Wagenknecht und Schwarzer vertreten. Wir sehen eben auch viele, die eventuell aus der Mitte der Gesellschaft sich dort anschließen, weil sie Angst haben, weil sie die potenziellen Auswirkungen der Lieferung von Waffen, auch der Fortsetzung des Krieges fürchten. Und dass sie auch fürchten, dass der Krieg eventuell nach Deutschland überschwappt. Und insofern haben wir hier eine sehr hybride Konstellation sehr unterschiedlicher Gruppen. Der Protestforscher Alexander Leistner beobachtet seit Jahren Friedensbewegung. Er sieht einen Konsenszwang in der aktuellen Debatte und warnt davor, die klassische Friedensbewegung aus dem Diskurs rauszudrängen. Ja, was man eben beobachten konnte, dass es recht früh nach dem Krieg eben eine sehr starke Vereindeutigung gab in den Positionen quasi. Also dass sozusagen pazifistische Positionen sehr schnell als Lumpenpazifismus bezeichnet wurden und wiederum Positionen, die auf eine Unterstützung der Ukraine hinauslaufen als Belizismus. Belizisten, also Kriegstreiber gegen Lumpenpazifisten. Die, die jetzt für Frieden auf die Straße gehen, stehen sich in härter werdenden Fronten gegenüber. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt einen, der sich mitten in diese Debatte hineinbegeben hat, den CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker und Mitinitiator der Petition Gegenrede. Schönen guten Abend, Roderich Kiesewetter. Guten Abend, Frau Barnhutti. Herr Kiesewetter, wir haben es eben im Beitrag gehört und aber auch in vielen Debattenbeiträgen in dieser Woche gesehen. Es gibt viele Menschen, die sind von dem Krieg beunruhigt, die haben Angst vor einer Eskalationsspirale, die machen sich auch Sorgen um die eigene Sicherheit, die leiden auch mit den Menschen in der Ukraine. Mit Ihrer Petition wischen Sie deren Ängste praktisch alle beiseite. Warum? Ich wische keine Ängste beiseite, sondern uns geht es wirklich darum, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Entscheidend ist, dass wir gegenseitig ein Verständnis dafür entwickeln, wer Täter und wer Opfer ist. Wir müssen uns vorstellen, hier ist ein Land in der Mitte Europas angegriffen und wir wollen nicht, dass ein Scheinfrieden entsteht, in dem die Waffen schweigen. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist das Land vorbei. Sie bedienen sich in Ihrer Petition einer sehr deutlichen Sprache. Die Petition, muss man sagen, ist mittlerweile von deutlich über 600.000 Menschen unterschrieben worden. Zu den Erstunterzeichnern gehören namhafte Persönlichkeiten aus der Gesellschaft, die nie als Demokratiefeinde aufgefallen sind. All diese Menschen bezeichnen Sie gemeinsam unter dem Begriff Friedenskünstler. Warum dieser abwertende Begriff? Friedenskünstler ist kein abwertender Begriff. Aber der Frieden ist eine Kunst. Und uns geht es darum, dass die Ukraine hier nicht als Opfer gesehen wird, sondern in diesem Aufruf Täter und Opfer gleichgestellt werden. Das wäre so, wie wenn ihr Nachbarhaus überfallen wird, der Mann getötet, die Kinder entführt und der Frau, die vergewaltigt worden ist, gesagt wird, mach Platz in deinem Haus. Und das führt verharmlosend dieses Manifest von Sarah Wagenknecht, die Rechts- und Linksextremisten zusammenführt. Und ich glaube, auch die demokratische Mitte ein bisschen ausnutzt mit dem Begriff Frieden, führt hier nicht zur Lösung. Das ist der Knackpunkt. Friedenskünstler ist so ein Begriff, den man auch in den sozialen Medien findet. Viele haben sich davon herabgesetzt gefühlt, haben wir gelesen. Wir hatten auch in dieser Woche noch eine andere Debatte. Jürgen Habermas hatte sich zu Wort gemeldet. Und auch er ist nicht sehr freundlich bedacht worden. Man ist nicht so ganz auf seine Argumente eingegangen. Mein Kollege Robin Alexander hat das zusammengefasst mit, ihm wurde mit Häme, Witzeleien und moralischen Herabsetzungen begegnet. Der Mann war mal eine Autorität in der öffentlichen Debatte und wird jetzt so behandelt. Wie will man mehr Menschen dafür gewinnen, sich in solch wichtigen Debatten einzumischen, wenn man so mit den Leuten umgeht? Ich glaube, Sie verkennen, worum es wirklich geht. Es geht darum, ob die Ukraine als Staat überlebt. Und wenn wir die Ukraine zu einem einseitigen Waffenstillstand aufrufen, gewinnt Russland. Russland hat sehr klar gemacht, dass der Krieg weitergetragen wird. Wenn die Ukraine gewonnen wird, geht es gegen Moldau. Uns geht es darum, dass wir verhindern, Kriegspartei zu werden. Und das verkennt Habermas. Und die, die über Frieden reden wollen, dann nicht mit einbinden in diese Diskussion. Natürlich, die sind alle eingebunden. Aber es muss aufgeklärt werden. Die Ursache des Ganzen ist doch, dass unser Bundeskanzler zu wenig erklärt hat. Über sechs Monate gab es ein Planungs- und Diskussionsverbot. Es gab rote Linien über Kampfpanzer. Und dass die Ukraine gewinnen muss. Wir müssen sehr deutlich unserer Bevölkerung sagen, es steht auf dem Spiel, dass die Ukraine überlebt. Es geht darum, dass die Ukraine gewinnt mit ihren Grenzen von 1991 und die russische Föderation verlieren lernt, ihre kolonialen Ansprüche aufgibt. Und auch aufgibt, Menschen zu vergewaltigen, Frauen zu vergewaltigen, 100.000 Kinder nachgewiesen zu entführen. Darum geht es. Und nicht, ob Herr Habermas sich beleidigt fühlt oder nicht. Also wirklich, das führt am Ziel vorbei. Herr Kiesewetter, wenn man den Blick ein wenig weitet und mal über Berlin und Herrn Habermas hinausgeht, dann sehen wir, dass es Friedensdemonstrationen jetzt am Wochenende gab in 20 Städten. Da gab es auch ganz breit angelegte Forderungen, die unter anderem auch das enthalten, was Sie gesagt haben. Das sind Menschen, die für ihr Anliegen in der politischen Mitte keine Ansprechpartner mehr finden. Welches Angebot machen Sie diesen Leuten, die sagen, lasst uns darüber sprechen, wie man die Waffen zum Schweigen bringen kann? Die Waffen werden erst dann schweigen, wenn die Ukraine die Chance hat, in eine Verhandlungsposition zu kommen. Das bedeutet, dass die Ukraine so viele Waffen bekommt, dass sie ihr Territorium befreien kann, dass die Kriegsverbrechen ein Ende haben, dass Russland die Waffen strecken muss. Und das werden wir nicht, indem wir die Krim befreien, sondern indem die Versorgungslinien zur Krim zerschlagen werden und die russischen Truppen dort aufgeben. Ich war selbst jetzt auf vier Demonstrationen, auch am Wochenende in meinem Wahlkreis, bei hunderten Menschen. Die Menschen haben eine Friedenssehnsucht, aber sie stehen an der Seite der Ukraine und der geschundenen Bevölkerung und nicht an der verharmlosenden, unterlassenen Hilfeleistung, wie Frau Wagenknecht es will. Das heißt, aktuell machen Sie da noch keine Hoffnung darauf, dass Sie auf einen Dialog über Friedensverhandlungen eingehen? Der Dialog über Friedensverhandlungen ist von Russland abgelehnt worden. Die Ukraine wollte die Krim aufgeben, die Ukraine wollte die NATO-Mitgliedschaft als Ziel aufgeben. Die Ukraine wollte sogar die besetzten Gebiete von Russland von 2013 aufgeben. Und die Antwort von Russland war Butscher, Irpin, Mariupol, furchtbare Kriegsverbrechen. Das ist mein Appell an unsere Bevölkerung, dass wir begreifen, dass hier mit ungleichen Waffen gearbeitet wird. Die Ukraine ist der Angegriffene, der Unterlegene. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist unsere Freiheit bedroht, weil Russland weiterkämpft und uns in den Krieg ziehen will. Das müssen wir verhindern. Das sagt Roderich Kiesewetter, CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker und Mitinitiator der Petition Gegenrede. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Banati.